Wir weisen Testpersonen, die gamma-strahlende Hochenergie-Portal-Technologie verwenden. Wir möchten darauf hin, dass Sie eventuell über Vorschriften informiert werden. Weitere Informationen über Vorschriften sind weder erforderlich noch erhältlich und Sie sind ein hervorragender Testkandidat. Ich bin damit auf die Brille verbunden. Das war's für heute. Das war's für heute. Merkley, Sie haben... Gut, zur Belohnung wurde in der Hauptkammer ein Siegeslift aktiviert.